I'm back Psst, Psst, Body Boy, hey! Hier sind Fätsche. Bei mir sind Fätsche. Ich komme, ich komme in blau Fleischer. Vollequipped oder waren die? Vorbeigelaufen? Ne, ne, die equippte. Falten wir oder lassen wir die gehen? Ne, die sind, ich glaube die haben mich nicht bemerkt. Also, fighten wir nicht? Ich knall sie ab, ich bin ganz nah. Die werden sich jetzt zu mir looten. Sind die auf den Hill? Schraub ein. Schraub ein. Schraub noch ein. Schraub noch ein. Vor uns, vor uns. Guck mal, da läuft doch einer. Ja? Ok. Schraub noch ein. Fack, Alter. Zweimal. Ich hab ihn auch einmal getroffen. Pusch ihn. Noch mal getroffen. Der, der knall, der ist hier gefühlt. ich gucke ich habe ihn gesehen ja er hat mich hier im haus vor uns im haus bin tot wo sind die die sind direkt auf der straße die wollen Frieden warte lass mal hin die haben die guck mal die haben sich ne lass mal lass mal lass mal kurz was machen die hey komplette Magazin hello are you are you friendly what do you do what are you doing here wir sind direkt über der straße auf die straße in den Norden da wo dieses haus war kannst du den linken abschneiden was was für die straße einfach den linken ab what are you doing also du hast geschossen okay ich habe geschossen okay ein ist tot halt auch nicht hört sich so krass ich treffe dich ich treffe dich warte jetzt auch oh jetzt habe ich keinen schiss mehr hey ich komme zu dem haus und die gestoßen nicht schießen haus habe ich gestoßen ich habe immer zu hart der hätte kommen jetzt habe ich ihn erwischt 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 warum hält er so viel auf ich habe ihn erwischt vielleicht davon werden wir müssen gefallen alle tot also ich habe neun Schüsse aber immer nur Chamber ja genau so habe ich ihn wie die ah ich sie ihn wenn er umfällt schieße nochmal in den Kopf ach für Sicherheit lass dich nicht mitnehmen ich folge ihm ich folge ihm hab ihn hab ihn hab ihn so ich nehme einen Stapel Holzbretter hier F so genau ich weiß gar nicht wo jetzt genau jetzt geh ich da hin genau drück wieder wahrscheinlich F für platzieren anbringen ja 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 jetzt sind wir gestuckt weil das kannst du weg hier oh ich bin tot ich bin tot wir sind tot wir sind tot dein Kopf und seine Gliedmaße sind komplett drinne mach nicht so die Reste an der Reste ist ein Fleischball ja der Reste ist alles zusammengepresst sein Arm guckt irgendwie oh seine Waffe älter bei mir bin ich normal ich bin tot ja ich bin tot nein ich habe eine Ecke mit Scope ich warte jetzt auf ok jetzt muss einer vor das Fenster jetzt rennt er wieder links rum ich sehe ihn ich sehe ich knall ihn ab ja ja gut pass auf das Fenster hinter dir ja ich kann nicht Ruhe ich sehe ihn hab ihn er ist tot einer muss rausgehen ihn looten ja hier läuft was ja es kommt was wo bist du Simon? ich bin unten jetzt ich bin unten jetzt ist der in dem Gefängnis drin? ne einer läuft hier ok wo ist der? keine Ahnung hab ihn getroffen wo? er ist umgefallen oh bin auch tot ein anderer hat mich abgeknallt das war close Vincent ah 2 Gays in diesem Server das bist du du Spast alter Ruhe 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 ja hier ist einer kann ich nicht durch die Scheiben schießen? eigentlich schon hab ihn hab ihn hab ihn glaube ich ne da müsste ja was stehen ist der müsste er nicht tot sein? der ist ohnmächtig ah er kommt zu sich hab ihn das bist du ooooh du Wichser alter hier müssen wir gucken und und tot so hier ist ein Helm im holo Backpack runter geh runter geh runter geh runter geh runter geh runter ich kümmere mich um ihn hab ihn mal jo vor uns vor uns vor uns vor uns Gegner ich kümmere mich hier 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 Er ist direkt hier ringsrum. Hab ihn. Okay. Der hatte nichts. Ja, Mann. Egal, ich nehme sein Essen. Ja. Wir haben Lärm gemacht. Wir müssen gleich wieder... Oh, ich bin tot. Renn. Oh, du auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Forget's. Run. Schon wieder Ladehemmung gehabt. Oh, yeah. Kommt ein Update wohl raus mit neuen Waffen. Also morgen wird irgendwie neu kommen neue Sachen. Hab ihn. Ja, Mann. So, hallo? Ja, ich hab telefoniert. Was ist los? Wer ist hier vorne unter mir? Niemand. Hier läuft einer. An der Baracke. An der Baracke. Wir sind beide... Baracke. Erst geht rein in die Baracke. Happy. Hier ist einer bei mir. Wo ist denn? Wo, wo, wo? Hier, an meinem Felsen ist einer. Komm mal aus dem Krankenhaus raus. Ja, du hast ihn. Ich hab einen gesehen. Ruhe, Ruhe. Hab ihn. Ich komm rein. Ich komm rein. Ruhe. Der hat da noch weißes T-Shirt? Hat der noch weißes T-Shirt? Ja, ja, ja. Ist er unten? Ja, unten. Nee, nicht unten. Entschuldigung. Erster Stock. Da bin ich Stock. Und hier. Ja, in die... Hab ihn. Okay. Das ist keiner von uns. Rote Stuhl, der ist in der Garage. In was für einer Garage? Äh, das ist... Ah! Soll ich... Oh, wow, wow. Ich bin an. Weiß ich wo. Ich auf jeden Fall. Makion ist... Makion. Makion ist infektiv. Ich hab einen. Nice. Kannst du ihn nicht abknallen? Dicker, mach mal was. Was ist los mit dir? Er ist vor meiner Tür. Ja, Mann. Endlich. Was ist los? Hey, buddy. Hallo. Wah, wah, wah. Was ist los? Ja, ja. Nice. Nice. Ich mag das. Was ist los? Ist es offen? Ja, er ist neben mir. Wie wenig? Hab ihn getroffen. Holy fuck. You're better than this. You're much better than this. What? Wann rein? Ja. Wenn ich weg bin, was ist? Wo bist du? Im Gebäude. Hier brauchst du. Ja. Ich hab mir auf jeden Fall getetet, Alter. Bin ich. Du hast ihm auch gefällt, die nach mir kommen, ne? Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Er ist neben dir, links. Äh, am Haus. An der Außenfassade. Ich hab ihn. Oh, du bist der. Hap ein. Hap ein. Hab ihn. Hab den Bastard. Hab noch einer Chancen. Links zu seiner Linken. Er ist so schwer verletzt. Hinterher, hinterher. Geh hinterher. Er ist schwer verletzt. Nein, ich hab keine Schuss mehr drin. Er muss irgendwo liegen. Oder er ist in Richtung Strand gelaufen. Gehumpelt. So, irgendwo da. R gedrückt halten. Lauf und halt R gedrückt. Bis er fertig ist. Bis er fertig ist. Er ist jetzt abgehauen, Alter. Ja, guck doch. Lauf doch in den Strand. Hier liegt eine Leiche. Ah, nee. Das ist meine. Ja, sauber. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Ja, ich hab geschossen. Ah, straight. Straight. Jetzt noch, dass ich was zu essen. Ich fass es nicht, Alter. Wait, direkt von der Tür bin ich gestorben. Da ist einer. Der looted mich gerade, glaube ich. Direkt von deiner Tür. Hallo? Ja, ja. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich bin ankert. Oh, ey. Ich bin ankert. Oh, ja. Ich bin gerade zu spät. Ich sitze halb auf meinem Stuhl und so, weißt du? Ich bin gerade so, weil ich nicht auf dem Stuhl war. Ruhe. 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 Mein Auge geht kurz auf. Jetzt wieder zu. Können Sie ein bisschen. Das war ich? Oh. Herrlich? Ruhe Hab einen in den Kopf geschossen Oh, Wölfe, komm aus dem Nichts! Aus dem Nichts! Hey, what to do, man? What you doing here, man? Are you coming here? Oh, yeah, now I know, now I know, you come every time you're here. You can't, not the first one. I'm sorry, I'm not speaking. Привет, привет. Okay, you will shot me, you will kill me. I'm unarmed. I have no weapon. Okay. 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 Can I help you? Yeah, wait. 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 I'm going to help you. Okay. Let me help you. Okay. Hey, hey. Hey. Alright. I will kill you. I will kill you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017